50 Dollar? Musst du jetzt hier noch Filme machen, du Hundesohn? Sag mal, was willst du? Was willst du? Geld kann ich dir nicht geben, knall ihn ab. Was willst du? Was willst du? Ich mochte erst einmal eine Garo und eine Cappuccino. Kriegst du mein Eiri und mein Yaro? Das kriegst du. Alles klar? Entspann dich mal. Was willst du denn? Hören Sie mir ganz genau zuhören. Der Trupp hier hat mir gesagt, ich komme hier nicht rein und muss irgendwelche Geld bezahlen. Haben Sie mich verstanden? Natürlich musst du Geld bezahlen. Was denkst du? Wer bist du? Was bist du? Wenn du denkst, dass du kein Geld bezahlst?